Platziert euer Vorratslager, mein Lord! Platziert euren Kornspeicherseil! Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ja, Sire, rauf auf die Welle! Wir brauchen Holz, mein Lord! Nichts! Was ist das? Euer Zeichenzeier? Bogenschützen? Bereit machen! Bogenschützen unterwegs! Was ist das? 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 Bereit, Sire? Bemannt die Brüstung! Bemannt die Brüstung! Bauern werden benötigt, Sire! Neue Befehle? Neue Befehle? Waffen werden benötigt, Sire! Wir brauchen Holz, wir brauchen Holz, eure Lordschaft! Wir werden angegriffen! Schlacht! 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 Unser Bögen werden singen! Schlacht! 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 Her! Was? Werdet ihr uns brauchen? Attacke! Marsch! Neue Befehle, Sire? Bewegung! Erwarte Befehle! Waffen werden benötigt, Sire! Gettet! Gettet! Sch 셋! Gettet! Schnell, Schnell, Schnell! Gettet! Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Wir werden angegriffen. Ihr seid der größte Lord. Waffen werden benötigt, Sire. Bauern werden benötigt, Sire. Achtung! Wir brauchen Holz, Sire. Das Land ist für die Bebauung zu uneben, mein Herr. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Nein. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Der Kaun-Speicher ist leer, Sire. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Waren. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Wir brauchen Holz, mein Lord. Wir werden angegriffen. Das Recht ist auf unserer Seite. Da kann ich nicht hin, Sire. Achtung! Zack, zack! Armbrüste! Vorwärts! Sire, führt uns! Bereit, Sire. Sire, Sire, Sire! Nicht genügend Waren. Ihr habt nicht genügend Gold, um dieses Gebäude zu platzieren. Ihr seid der größte Lord! Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Achtung! Die Geschichte wartet! Was bekümmert euch, Sire? Die Truppen der Schars greifen an. Waffen werden benötigt, Sire. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Die Truppen der Schars. Die Truppen der Schars. Die Truppen der Schars. Das kann da nicht platziert werden, mein Lord. Die Truppen der Schars. Die Truppen der Schars. Wir werden angegriffen. Die Truppen der Schars. Die Schlacht erwartet uns. Marsch! Nicht genügend Waren. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Ihr seid der größte Lord! Die Schlacht erwartet uns. 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 Ich erwarte euren Befehl! Marschiert mit der Fahne! Schön langsam, Männer! Wie soll das gehen, Sir? Dolch heraus, Männer! Für den Sieg! Eine Nachricht vom Schacht. Ach, das Gefieder des Baus bedarf Aufmerksamkeit. Unverzüglich! Schnell! Was sagt ihr, Marlott? Ah? Eure treuen Burgenschützen! Was? Eine Nachricht vom Schacht. Oh je! Bitte lasst meine wunderschöne Burg ganz! Dann niemand meine wendigen Leid! Unsere Bögen werden singen! Ich kann nicht schießen! Eine Nachricht vom Schacht. Ich verlasse diese Fahrung. Bitte nehmt euch meine Tiere an. Wir sind siegreich, Sir! Ich höre die Trommeln des Krieges. Sie stören meinen Schlummer. Tranhu дрage auf... Wir schicken siegreich,